Herzlich Willkommen zurück hier im V-Blog. Ich möchte euch heute die neue Gondel am Stülpster Joch vorstellen. Diese gibt es seit Saisonstart Ende Mai diesen Jahres und sie führt von der Talstation auf ungefähr 2779 Metern bis hoch zur Mittelstation auf 3030 Meter. Die Gondel fährt also insgesamt eine Strecke von 1161 Meter und sie ist wahnsinnig schön. Man hat in der Gondel nämlich fast einen 360 Grad Ausblick und kann damit die umliegenden Berge ganz in Ruhe betrachten, zum Beispiel den Ortler oder die Geisterspitze. Mit der Gondel können viel mehr Leute ins Skigebiet transportiert werden, was natürlich die Wartezeit verringert und somit die Talabfahrt ganz entspannt werden lässt. Wir sehen uns morgen wieder hier im V-Blog. Bis dahin, alles Gute! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017